Hallo, in diesem Video möchte ich euch wieder die Top 10 Fernhochschulen vorstellen, gemessen an der Anzahl der Aufrufe der jeweiligen Forum bei Fernstudiuminfos.de hier für den Oktober 2017. Da hat sich eine ganze Menge getan, also bis auf zwei Plätze sind alle Platzierungen verändert in diesem Monat und es gibt auch einen Wiedereinsteiger. Los geht es mit dem 10. Platz. Auf dem 10. Platz steht in diesem Monat die PfH aus Göttingen. Für sie ging es zwei Plätze runter von Platz 8 auf Platz 10. Zur PfH gibt es im Moment insbesondere Diskussionen dazu, dass jetzt wohl der Schwerpunkt klinische Psychologie im Master eventuell später kommt, vielleicht auch gar nicht kommt und wie es da für diejenigen weitergeht, die sich für diesen Weg entschieden haben. Auf dem 9. Platz gibt es den Wiedereinsteiger des Monats und zwar ist das die Apollon-Hochschule der Gesundheitswirtschaft. Wenn euch für diesen Anbieter interessiert, könnt ihr mal in die Blogs reinschauen. Da gibt es unter anderem Eindrücke einer Absolventin, die gerade erfolgreich ihr Fernstudium dort abschließen konnte. Auf dem 8. Platz steht die SRH Fernhochschule. Sie konnte sich im einen Platz verbessern, von Platz 9 auf Platz 8. Unter anderem habe ich kürzlich mit einer Studierenden der SRH Fernhochschule ein Interview geführt, das auf großes Interesse gestoßen ist. Das Video dazu verlinke ich euch hiermit in diesem Video. Auf dem 7. Platz steht, wie auch schon im Vormonat, die NHAD. Hier ist immer noch so ein bisschen unklar, wie es jetzt weitergeht. Allerdings gab es ein Statement dazu, dass sich da wohl etwas tun wird und natürlich für die aktuell eingeschriebenen Teilnehmer die Fortführung und Beendigung ihrer Kurse gewährleistet wird. Einen Platz runter ging es für die Akad University, die in diesem Monat auf dem 6. Platz steht, statt auf Platz 5 im Vormonat. Zu Akad University gab es einen Live-Bericht vom Akad-Forum, wo der CEO der Akad berichtet hat und auch einige Live-Eindrücke vermittelt hat, was da so passiert ist. Thema war die digitale Transformation. Auf dem 5. Platz, einen Platz verbessert, steht die HFH, die Hamburger Fernhochschule. Von Platz 6 auf Platz 5 also. Der HFH wird es demnächst auch mal ein Interview geben mit einem Professor und auch der Hochschulleitung. Auf dem 4. Platz steht die Diplomahochschule, oft ja auch ein Kandidat für die Top 3, diesmal nur auf dem 4. Platz, in Anführungsstrichen nur, einen Platz runter von dem 3. Platz. Zur Diplomahochschule gibt es Diskussionen, auch was so die Möglichkeiten angeht, mit dem Psychologiestudium später in die Psychotherapeuten-Ausbildung reinzugeben. Da hat er sich einiges getan, hat eine Menge Wirbel gegeben, momentan die Situation auch eher unklar bzw. schwierig. Auf dem 3. Platz steht die Fernuniversität in Hagen. Für sie ging es einen Platz runter, von Platz 2 auf Platz 3. Bei Fernunni Hagen wird auch immer viel diskutiert, auch da unter anderem zum Psychologiestudiengang. Hier geht es darum, dass der Bachelor umstrukturiert worden ist und dass sie jetzt stärker strukturiert ist, was auch so die Abfolge der einzelnen Inhalte angeht. Ja, neu in den Top 3 dabei in diesem Monat ist die Wilhelm-Büchner-Hochschule. Von Platz 4 ging es für sie hoch auf den 2. Platz. Da also ganz weit oben platziert und die Wilhelm-Büchner-Hochschule hat künftig eine neue Website bekommen. Und auf dem 1. Platz steht, wie eigentlich immer, die IUBH mit ihrem Fernstudienangebot. Und die IUBH hat künftig ein neues Logo bekommen, ein neues Branding bekommen und ist damit an den Start gegangen. Da es in diesem Monat einen Wiedereinsteiger gibt, ist natürlich auch ein Anbieter jetzt in diesem Monat nicht mehr mit dabei. Und zwar ist das die Porsche Fern-FH, die in diesem Monat ausgeschieden ist aus dem Top 10. Soweit mein Überblick. Mehr zu allen Anbietern findet ihr natürlich bei fernstudiuminfos.de. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere doch jetzt kostenlos meinen Kanal mit weiteren News, Interviews sowie Fragen und Antworten rund um das Thema Fernstudium. Oder schaue bei fernstreaminfos.de vorbei, der Infoseite rund um das Thema Fernstudium mit tausenden von Beiträgen. Der Infoseite rund um das Thema Fernstudium. Oder schaue bei fernst нам, bis dahin, Bis dahin. Vielen Dank.